Sehr geehrter Besucher, dies ist ein Projekt, das 5 Jahre und 2 Jahre konsolidiert wurden stattfand. Hier finden Sie ein Portal in 3 Abschnitte unterteilt. Geben Sie den TV-Kanal in diesen Link oder eine Schaltfläche, um direkt in den TV-Bildschirm und Sie können TV-Programme standardmäßig uhr- oder klicken auf die Menü-Taste, dann klicken Sie auf Durchsuchen der Mand.on, um Filme auf Abruf zu sehen. Mit freundlichen Grüßen, Jose Ocampo-Martiniz, Direktor